Ja, wir drehen richtig durch. Wir drehen richtig durch. Hier. Wir drehen richtig durch. Was geht? Waffe. Bande. Okay. Verdammt nochmal. Gut, wir spielen heute wieder eine Runde von Fortnite. Und zwar heute mit einer ersten kleinen Challenge. Ich bin ein absoluter Halbgott in Fortnite. Das heißt, wenn Gott dabei ist, bin ich gut. Ansonsten absolut gar nicht. Wir spielen heute eine kleine Challenge. Und diese Challenge sieht folgendermaßen aus. Sie nennt sich die No Fall Challenge. Da fällt man nicht und muss die ganze Zeit gleiten. Das heißt, sobald ich rausspringe aus dem Bus, wird geglitten. Das, ja. Ich gehe raus in drei, zwei, jetzt. Und jetzt muss ich direkt aufmachen. Und das heißt, ich werde hier schön einmal einen abgleiten. Jetzt die große Frage, wie fliegt der Bus? Der Bus fliegt so. Das heißt, ich würde mir, glaube ich, jetzt am liebsten mal einen Punkt suchen, wo nicht unbedingt jeder hingeht. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal zu Junk Jig... äh Jigson. Weil ich habe ja jetzt die, ähm, die Zeit. Boah, fuck, Alter, ey. Das dauert echt richtig lange, ne? Boah, das dauert richtig lange, Leute. Oh mein Gott, komme ich überhaupt runter, bevor die erste Zone zu Ende ist? Macht vielleicht doch nicht so viel Sinn, nach draußen zu gehen. Ich gucke das Ding mir an hier. Oder das da? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Wie ist der Bus geflogen? So. Wo sind denn wenig? Ja, hier oben in der Ecke höchstwahrscheinlich. Ach, Leute, ey, verdammt. Oh, ist das schlimm. Oh Gott, innerlich ganz schrecklich sind 20 Leute tot. Oh, ist das schrecklich. Ich fall einfach mal ein bisschen. Ja, top. Euer Tag so. So, wo ist die? Ach, du Heiliger, die ist voll weit draußen. Ich fliege schon mal entgegen. Langsam runter. Inzwischen sind schon 40 Leute gestorben. Ich bin immer noch nicht am Boden. Aber das ist so mein Vibe. Ach, du Heiliger, Alter. Es wird einfach nichts. Ich sehe schon, komm. Ich muss ja einfach nur gucken, dass hier niemand ist. Das war echt sehr lange jetzt. Dann müssen wir uns erstmal schauen, was wir hier am besten machen. Ich bin voll ready. Absolut gar nicht. Ich bin voll ready. Ey, wenn ich jetzt irgendwas finde, ne? Ich schwöre euch, Leute, dann muss ich hier irgendwas schaffen. Oh, hier ist direkt eine Kiste. Oh mein Gott. OMG, OMG. Irgendwo ist eine Kiste. Okay, ich habe einfach instant eine Waffe. Läuft. Als ob. Als ob ich direkt eine Kiste habe. Als ob. Ja, übel. Nice. Okay, alles entspannt. Wir haben zumindest irgendwas an der Waffe. Also von daher eigentlich ab dem Punkt schon gar kein Problem mehr. Hier ist auch noch eine Kiste drin. Oh mein Gott. Ich werde nicht mehr. OMG. Ja, hier oben ist noch eine Kiste. Nice. Ist hier noch was drin? Einfach eine Schut. Oh, Leben, Alter. Leben. Nehmen wir mal. Als ob dann noch ein von der Sniper drin ist. Sehr nice. Also wir haben jetzt halt für ein... Für Distanz ist jetzt nicht übel geil, aber wir können ja nochmal schauen. Hier im Keller ist meistens auch noch eine Chest. Da ist zwar nichts von gehört gerade am Anfang, aber es ist einfach auch noch eine da. Nice one. I love it. Meine Favorite-Häuschen sind auf jeden Fall im Stizzy. Herr Freakin' Verwalder. Okay. Nahkampf kriegen wir irgendwie auch hin. Das ist doch mal ein bisschen angenehmer. Können wir die mal austauschen, weil das ist echt einfach nicht so nice. Schüsse sind zwar jetzt ein bisschen weniger, aber ich bin mir sicher, dass wir... Als ob hier auch noch eine Kiste drin ist, Junge. Als ob wir hier so ein Glück haben mit dem Loot. Als ob es passiert. Okay. Das können wir dagegen austauschen. Es leben auch einfach nur noch 30 Leute. Was zur Freakin' Hölle, Alter. Da sind nochmal Häuser und wir sind ein bisschen außerhalb der Zone. Das heißt, potenziell könnten wir hier noch ein bisschen Glück haben, oder? Noch keinen gesehen. Was ist es denn? Hallo, Menschen. Einfach... Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte nicht. Ich bin im Aufnahme-Channel. Wer ist es? Wer ist es? Hallo, wer ist da? Hallo, wer ist da jemand? Hallo, Kev. Ich nehme auf, aber sei einfach mit dabei. Was geht? Dann drehen wir richtig durch. Skratata. Drehen wir richtig durch. Kev, ich habe eine No-Glide-Challenge gerade am Start hier. Richtig schlimm. Ich habe noch niemanden gesehen. Es leben noch 20 Leute. Hast du mal versucht, auf die Spawn-Insel zu fliegen? Bitte? Hast du mal versucht, auf die Spawn-Insel zu fliegen? Nee, geht das? Bin's heraus. Geht das wirklich? Bin's heraus. Ich wollte es immer mal probieren. Geht das wirklich? Ja, wenn du diese Challenge schon machst, sollte es ja nicht so schwer sein. Okay, cool. Das würde ich mir tatsächlich mal reinziehen. Richtig weird Runde einfach. Gleich Top 10 und instant tot. Das ist so eher das Schlimme, weißt du? Ich laufe jetzt hier halt ewig rum und bin gleich einfach tot. Dann musst du gleich mitmachen, Kev. Sehr gerne. Nächste Runde bist du dabei. Nächste Runde bist du dabei. Gut. Jetzt. Riemen. Riemen. Durch. Oh, hier ist nochmal eine Chest. Hier ist einfach nochmal eine Chest. Ich sehe keine Leute und finde nur Chests. Was ist das für eine Runde, Mann? Das kann nicht wahr sein. Ich weiß nicht, was hier geht. Ich habe absolute Angst. Ich habe nicht so viel. Hier ist nochmal eine Chest irgendwo. Leck mich doch. Kreuzweise. Hier ist einfach jemand. Hi. Hab einen. Hat nur 800 Jahre gedauert. Alles gut. Ganz schön gut, ne? Oh, heiliger. Ne, das war absolut schlecht. Das war überhaupt nicht gut. Das war das absolute Gegenteil von dem, was man, glaube ich, generell als gut bezeichnen würde, war das gerade hier. Ah, da unten ist einer. Oh, wie ich das hasse. Ach, als ob du das auch probierst. Oh, Alter. Irgendwas ging hier ab gerade. Irgendwas passiert hier. Irgendwo ist ein... So, piek, 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 piek. Oh, die piek. Ach komm. Kein Bock mehr. Ich riskiere es jetzt. Frick mich eh nicht. Ich brauche hier übelstes, übelstes Duell, Kev. Lass du es. Ach, Alter. Wo ist er? Ich check's nicht. Oh mein Gott. Okay, zweiter Typ. Alter, leckeres Mio, ey. Ach, du Heiliger. Jetzt hat mich jemand noch getötet, Kev. Sechster. Das kann doch nicht wahr sein. Egal, wir machen die gleiche Challenge. Noch eine zweite Runde mit Kev jetzt. Finde ich gut. Wir drehen richtig durch. Wir drehen richtig durch. Ja. Wir drehen richtig durch. Gut, wir springen direkt raus. Kev am Anfang. Und dann direkt Fallschirm auf. Bist du bereit? Ich meine, wir haben ja die Zeit erhält. Hallo. Hallo. Wo bist du? Hi, na? Alles gut? Ja, wo wollen wir hin? Weiß ich nicht. Wir müssen mal gucken, wie der Bus fliegt. Lass dann dahin gehen, wo die überhaupt nicht hinkommen. Lass Snobby Shores einfach. Lass mal hier raus. Ganz an links. Oder, da kommen ja viele. Wir könnten von hier aus auch in die Moore gehen. In die Moore? Ja, oder. Das Moor hat geilen Loot. Und zum Gefängnis. Okay, ja. Nice. Mein Paar sind da gedroppt, aber wir könnten auch von hier aus wieder nochmal gekehrt machen. Ach, kriegen wir hin, Kev. Alles gut jetzt. Ja, du kannst halt echt dreimal über die ganze Map segeln. Das ist richtig krass einfach nur. Besonders, du kriegst die erste Zone noch mit, ne? Weil du so lange in der Luft bist. Wir können dann also spontan noch umentscheiden, ein bisschen in die andere Richtung fliegen. Wir können auch jetzt noch die Spawninsel ablehnen. Kann man auf die Spawninsel jetzt? Probier es aus. Ich will nicht, ich hab Angst. Probier es aus. Ich mach das in einem anderen Video. Ich geb dir einen Tipp. Ja. Fliegen funktioniert nicht. Fliegen funktioniert nicht. Aber es gibt andere Wege. Okay. Das dauert so lange, ey. Das ist richtig. Ach du Scheiße. Guck mal, es sind scheinbar schon 20 Leute wieder tot. Wir gehen durch. Retail Row. Retail Row. Direkt Retail Row. Full Retard. Let's do it. Oh mein Gott. Das wird eng. Das wird einfach eine Domäne. Ja, und ich seh sogar einen hier vorne in dem Haus direkt vor mir. Hier? Ja. Aber nicht runtergehen. Nicht runtergehen. Oh Gott. Bin hier unten. Hier rein. Oh Gott. Ja, hier. Schau mal mal. Oh, direkt Kiste. Kiste im Wagen. Ja, ich geh mal rein. Okay. Ja, wenigstens irgendwas. Ich hab Tränke. Oh ja, geil. Pumpi. Nehm ich die Piste. Ich mach mal ein bisschen Aufmerksamkeit hier. Schön. Ne, das ist nicht. Das ist vor mir. Was? Okay. Ja. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Ich ziehe. Oh, ich bin im Haus. Fuck. Warte, ich bin jetzt hinter dir. Ich hab auf jeden Fall gut abbekommen. Okay, kommt die von der Seite. Okay, ich hab einen genockt. Alter, ich seh sie nicht. Oh Gott, der hat mich auch genockt. Hier, Südosten, Südosten, Südosten. Da, da, da. Krieg's hin, Kev. Krieg's hin. Nice one. Nice one. Nice one. Upsa. Gammel dir schnell mal ein Medikrektrum. Ich bin tot. Was? Ich bin gestorben, weil ich zu wenig Leben hatte. Oh nein, das hab ich nicht gesehen. Ach, du heiliger Kev. Ich dachte, du überlebst doch. Kev, ich glaub aber an dich. Komm, du ziehst es jetzt doch. Ich kann auch sterben, ist egal. Ja, oh Mann, ey. Oh nein, habt ihr nur das Medipack eingesammelt und wollt ihr das reinziehen? Ja, ich hab auch nicht drauf geachtet, sonst hätte ich, glaub ich, viel früher schon rumgeheult. Der hat mir auf jeden Fall gut mitgegeben, deswegen. Ja, komm, mach den YOLO-Modus. Ich möchte den YOLO-Modus jetzt noch, Kev. Ich laufe jetzt einfach nur offen. Meine Challenge ist, nicht einbauen. Ich höre nicht auf zu laufen. Okay, du hörst nicht auf zu laufen. Hallo Freunde, Partyfeuer. Partyfeuer. Okay, dritte Runde. Kev ist nochmal dabei. Wir probieren es jetzt. Wir probieren es jetzt. Drei, zwei, eins und raus, Fallschirm auf. Alter, ich hab so heftig im Fallschirm gezündet. Hallo. Komm noch ein Stück runter zu mir. So, mehr kriegst du nicht. Wir sind noch nicht auf Augenhöhe. Oh, ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Komm, jetzt können wir uns küssen hin. Andere Richtung. Andere Richtung. Andere Richtung. Andere Richtung. Ich flieg jetzt einfach weg. Kipp, kipp, nein. Kipp. Ich flieg jetzt einfach weg. Nein. Ich sehe nur den Namen, wie klein er wird. Man sieht gar nichts. Nur noch den Namen. Hinten ist ein bisschen geil, Lutz halt angesagt. Jetzt hier. Schön übertülpte Towers. Kriegst gleich einfach einen Sniper-Schuss ins Gesicht. Einfach von unten. Ey, das wäre so geil. Aber keiner, so weit kannst du gar nicht schießen. Ja, einfach auf gut Glück. Weißt du, einer schießt einfach hoch und dann zack, tot. Das wäre richtig krass. So, Zone. Ach, guck mal. Genau der Rand, Alter. Wo gehen wir hin? Noch ein bisschen weiter nach draußen. Dann haben wir noch ein paar Minuten hier draußen. Eigentlich wäre es Snobby geil, aber wenn man so spät landet, weiß ich nicht. Nee, Snobby auf keinen Fall. Dafür ist der Bus viel zu gut. Eigentlich ist Snobby mein Lieblingsspot. Ja, der ist auch cool. Aber hier, Junk Jackson oder so können wir auch hauen. Oder die Häuser. Oh, die Häuser hier vorne. Die Häuser da rum bei Junk Jackson sind richtig gut. Guck mal, hier ist ein Lama. Da ist tatsächlich ein Lama. Wie cool ist das denn? Das mysteriöse Lama. Das mysteriöse Lama ist auf dem Lama. Ganz ehrlich, ich lande auf dem Lama. Ja, ich lande auf dem Lama. Das Lama ist geil. Gut. Ich gönne mir jetzt erstmal hier das Häuschen. Aber ich habe nur eine Pistole gekriegt. Das ist ein bisschen schwach. Ich habe auch jetzt nur eine graue Waffe und einen Schildtrank. Wenigstens schon mal einen dicken. Ich habe einfach eine legendäre Sniper bekommen. Läuft. Nice, Freund. Hinter dir ist einer. Nordwesten, genau. Der baut sich gerade hoch. Zum Lama. Zwei Stück. Der baut sich im Lama hoch? Nee, zum Lama bauen die sich gerade beide hoch. Oh, fast habe ich dich bekommen, Alter. Das Problem ist, ich habe keine Range-Wappen. Ich schieße sie gerade ab. Ich schieße sie. Ich habe Range-Wappen. Ich habe nur eine Pumpe und Maschinen. Please. Wie soll ich dahin? Okay. Ich habe noch eine Waffe. Warte. Alter. Ich habe es nicht hinbekommen. Die sind aber auf jeden Fall da. Mit denen können wir einen Fight machen. Hast du irgendeine Waffe? Hi, Kev. Ich bin es. Hier ist eine Kiste noch irgendwo, ne? Bei dir. Hier unter dem Dach. Das Ding ist, ich brauche nur eine AR oder sowas. Hast du die? Aber ich habe keinen. Okay. Okay, die schießen mich ab. Irgendwie? Westen. Einer kommt auf dem Hof hier. Ich komme mal zu dir rein. Ich habe nur noch 50 AP. Der hat mich ganz gut getroffen, tatsächlich. Okay, hier ist schon einer. Kev, wo bist du? Nein, ich bin down. Alter, der eine ist hier. For me this. Nein. Ja. No Chance, Alter. Viel zu viel scheißelos. Ich habe den einen fast noch bekommen, aber die andere war auch fast down. Verdammt. Ja. Ach, so ist es, Kev. So. Gut. Nächste Runde mit Kev jetzt, Leute. Wir kriegen das irgendwie hin. Und fliegen raus. Und direkt. Oh, schön. Alle am droppen. Richtige Versager. Wo gehen wir hin? Ins Wäldchen? Da bin ich. Da bin ich. Und jetzt geht es nach unten. Für mich. Die Zone ist Zucker. Die Zone ist Zucker. Ich komme wieder zu dir. Ich wollte gerade sagen. Ist doch perfekt, Alter. Ich geh mir richtig. Ich kann nicht body blocken. Ich geh jetzt tiefer als du. Ja? Ey, als ob. Du bist eine Sau. Hör auf. Benutz meinen Körper nicht. Nein. Du, guck mal, wie ich hier bin. Ah, Gott. Richtige Opfer, die hier so langsam runtergleiten. Richtig schlimm. Richtige AFK-Kids. Hallo. Na, was geht bei dir? So, ich habe eine Pistel. Schauen wir mal. Hier ist noch ein bisschen was. Hier ist noch eine Kiste. Nein, dann geh du in die Mitte. Ich geh aus drum, ne? Okay. Oh, hier ist eine Schottie. Lass uns erstmal rausgehen. Lass uns mal ein bisschen holzen. Ein bisschen einen abholzen. Wie bist du im Bauen? Bist du ein guter Bauer? Du bist bestimmt ein Megabauer, ne? Ja, weißt du? Das kommt schon mal drauf an, was für die Jahreszeit ist. Ich war früher ein guter Bauer. Aber im Sommer lassen wir haben sie gestalten. Dann bist du ein Spargelmensch. Oh, eine blaue Pumpe. Geil, danke. Juhu, Pumpi. Als ob wir genau in perfekt der Zone gelandet sind. Gerade eben. Aber dafür haben wir eigentlich auch nicht die Wachen. Keine Raketenwerfer, keine Sniper. Ja, das stimmt. Also ausgestattet ist auf jeden Fall. Ich mag es in Bewegung. Woben ist noch eine Kiste hier auf dem Ice Truck. Oh, Junge. Geil. Hui. Wow, 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 wow. Eif, was hast du denn für ein geiler Turb? Ist das Lama 2.0? Lama 2.0? Ich bin es gerade irritiert. Du hast mit mich geschossen, ne? Oder zum großen Tower. Wo wir auch langlaufen. Ich kenne das alles nicht hier. Also es leben 20 Leute. Also minus uns leben 19 Leute noch. Das ist halt richtig krass. Ne, andere Seite. Komplett. Jetzt müssen wir proaktiv durchhusteln. Ah, guck mal. Was denn? Mein Daddy Bear. Was? Ach du Heidegger, jetzt schießt er einfach. Abgeschossen. Du bist einfach ein Wahnsinniger. Alter, man sieht halt auch niemanden. Ja, aber hier ist jemand Supply Drop. Supply Drop. Ist direkt vor uns. Ich weiß, was Phase ist. Oh, ich könnte ausrasten. Was denn? Ich hatte mein Headset falsch schon auf. Links war rechts und rechts war links. Deswegen war ich die ganze Zeit verwirrt, wo du bist. Okay, am Supply Drop direkt vor uns sind Leute, ne? Die bauen sich gerade zu uns, glaube ich. Die kommen hier von rechts, Südwesten, Kev. Ja, die müssen rausjumpen. Der ist alleine. Scheintreffer. Der hinteren hat zwei. Der hinteren hat kein Schild mehr. Auf keinen Fall. Der eine ist vorne an der Seite. Der eine. Hab einen niedergestreckt. Granate incoming bei ihm. Der muss weg. Okay, da kommt Granatenwerfer. Ich gehe frontal. Ich gehe ran. Ich gehe auch frontal. Ne, wo ist er. Ist da drin. Ich habe den anderen genockt. Ich hatte den anderen genockt. Also ich habe auch Granatwerfer. 37. Das sieht doch geil aus. Ja, also Munition und Schizzle ist auf jeden Fall da. Wenn ich von links komme, haben wir den Berg im Schuss. Ja, die haben uns noch nicht gesehen, ne? Weil von hinten kommt keiner. Ich habe auch Sniper im Zweifelsfall, ne? Hinter das Haus. Die können wir uns gut einbauen. Okay. Finde ich. Oh Gott, die haben uns gesehen. Ja, die bauen schon. Ja, ja, alles gut. Oh, die sind von oben im Berg. Shit. Okay, okay. Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Komm runter, komm runter, komm runter, komm runter. Ich feide nur. Komm runter. Okay, ja. Das war auf jeden Fall viel Aua. Das war sehr viel Aua. Ja, aber wir können hier an der Zone bleiben. Wir sind zwar, wir haben halt Lowground. Ja, ich habe noch, ja, ja, klar. Warte, ich droppe dir die jetzt einfach mal kurz so. Das sind drei Stück. Wir sind in der Zone. Hier ist safe. Ne, 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 ne. Wir sind noch nicht ganz in der Zone. Warte, ich nehme den kleinen mal. Wir kriegen aber noch Zone ab hier, ne? Das ist ja klar. Oh lol, der hat es abgebrochen. Wir kriegen noch Zone ab, Kev, ne? Wir sind genau, äh, wir sind nicht, äh, nicht 100 Prozent drin. Sind die immer noch auf dem, äh, auf dem Berg. Pass auf. Lass, lass die wegsprengen. Oder? Ja. Wir haben Sniper. Achtung. Ja, ich habe auch ordentlich abbekommen. Paketenwerfer. Ich habe abbekommen. Alter. Okay, hast du nochmal, hast du nochmal Medikit? Hast du nochmal Medikit, Kev? Ich muss mich kurz healen. Ich muss mich kurz healen. Liegt hier unten. Okay, nice. Äh, oh Gott. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, ich sehe, ich sehe gerade, ich sehe gerade. Okay. Ihr seht mich nicht? Ähm, ja, ich bin auch ziemlich hit, ehrlich gesagt. Okay, der ist direkt links hier, der ist direkt links hier. Shit, ich bin knocked, ich bin direkt knocked. Ich bin direkt knocked, Alter. Oh, ich habe den Insta in die Kiste gezogen. Wie er mich auch einfach mit dem Partneranwerfer geholt hat. Oh, ich hätte so mehr die Sniper noch benutzen müssen. Ja, Lowground war echt scheiße. Wir hätten rechts rumgehen müssen eigentlich. Dann wären wir voll aus dem Gefecht rausgekommen, weißt du? Ah, die anderen kamen von rechts. Guck mal. Oh, das wird knapp aber für den. Und die haben noch gewonnen. Wenigstens durch die Sieger getötet worden. Leute, das war's von einer meiner ersten Challenges jetzt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne mal weitere Challenges, die ihr sehen wollt oder die andere mal gemacht haben. Und ihr von mir sehen wollt, weil ich bin ja ein übelzer Pro. In die Kommentare. Der Kev, danke schön, dass du dabei warst. Das war ein spontanes Ding. Haben wir eigentlich nicht geplant. Schaut auf jeden Fall bei dem vorbei. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, not rein. Und tschüss. Äh. 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 Juhu. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß. Und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck, guck mehr Videos. Mir fällt nix mehr ein. Tschüss. Bip.